so hallo mal wieder heute öffnen wir die aktuelle bundesliga 2014 2015 zwei 10er tütchen mehr habe ich bei uns nicht bekommen zurzeit und was da jetzt drin stecken kann das schauen uns jetzt natürlich mal an auch wenn ich jeden video wiederholen muss wenn die bälder länger genießen wollt immer wieder auf pause drücken und wo die natürlich bequem bestellen könnt werde ich immer unter dem video verlinken jetzt kommt mal wieder einer von einem superverein so das waren die ersten zehn das ist meine gute karte wie ich immer so schön sage habe ich gesehen habe sind da schon einige doppelte bei also ich hoffe ich konnte euch wieder zeigen was da drin stecken kann und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu